Herzlich willkommen bei einer neuen Meditation und heute schauen wir uns einfach mal das Immunsystem an. Es geht darum, dein Immunsystem zu stärken, gerade in dieser Erkältungszeit, wo eh jeder herumhustet, herumsneeft und immer ein bisschen alles ein bisschen gedrückter ist. Und wir werden bei der heutigen Meditation einfach mal so dein System, dein Energiefeld aufladen und das wird richtig, richtig cool werden, weil stell dir einfach mal vor, du kannst schon die Augen schließen und ich führe dich da einfach mal in das Bild ein, stell dir mal vor, was fehlt denn jetzt im Herbst, im Winter? Das ist das Grün der Wiesen, das Blau des Himmels und das Goldgelb der Sonne. Und mit dem arbeiten wir jetzt. Also schließe einfach mal deine Augen, atme mal tief ein und wieder aus. Mach dir jetzt einfach mal klar, wir arbeiten heute an der Stärkung, der Kräftigung deines Immunsystems. Und was soll das Immunsystem machen? Das soll alle Viren, Bakterien, alles, was deinen Körper schwächt, was den krank macht, alles, was da nicht reingehört, soll dein Immunsystem einfach abwehren, abtransportieren, dass das rausgeht aus deinem System. Also stell dir dein Immunsystem wirklich mal wie so eine Polizei vor in deinem Körper oder wie eine Wachmannschaft. Und wie es halt so ist, es wird jetzt schnell dunkel, es ist Herbst, Winter, eine dunkle, kühle Zeit. Was macht dann das Immunsystem? Was macht eine Wachmannschaft? Die gehen halt auch schneller schlafen und sind müde. Und jetzt geht es mal darum, die wieder aufzuwecken und zu mobilisieren. Und wir beginnen jetzt mal, dass du dir einen prächtigen Sonnenaufgang vorstellst. Einen prächtigen Sonnenaufgang im Frühling. Das goldene Licht der Sonne, der ersten Sonnenstrahlen, erhellt dein Umfeld. Und wie die Sonne aufgeht, wie du dieses Bild siehst, wie es immer heller und heller und klarer und wärmer wird. Also die ersten Sonnenstrahlen berühren dich, küssen quasi dein Gesicht und du spürst die angenehme Wärme, wie die aufsteigt und wie du dich immer weiter und größer fühlst. Und genauso entspannt sich auch mit der aufgehenden Sonne dein Solaplexus. Dein Sonnengeflecht ist auf der Höhe des Magens. Also auch das entspannt sich jetzt mit dieser aufgehenden Sonne. Merkst du auch, dass dein Solaplexus weiter wird und dass da fremde Energien, die da drinnen stecken, einfach jetzt nochmal abtransportiert werden. Und visualisiere dieses gelb-goldene Licht. Bade richtig darin. Und in diesem Licht, in dieser Energie, wenn du gerne in der Sonne liegst oder in der Sonne badest, stell dir nochmal diese Wärme vor, wie im Urlaub. Und in diesem Licht aktiviert sich auch ein Teil deines Immunsystems. Also ein Teil von deiner Wachmannschaft wacht schon auf, streckt sich, merkt, dass eine neue Schicht beginnt. Die beginnen jetzt schon mal Stellung aufzunehmen und die ersten Schatten aus deinem Körper zu vertreiben. Und du genießt jetzt nochmal dieses Einfließen, dieses gold-gelben Lichts. Und zu dieser wunderbaren Qualität schaust du jetzt mal zum Himmel rauf und siehst ein prächtiges Blau. Der wundervollste blaue Himmel, ganz rein blau, den du dir vorstellen kannst. Und du spürst richtig diese blaue Frequenz, wie auch die in dich einfließt, dieses Himmelblau. Zu diesem gelben Sonnenlicht dazu fließt das Himmelblau in dich ein. Und du spürst, dass dieses Himmelblau deine Schutzschicht, dein Schutzschild weitert. Es ist wie ein blauer Schutzmantel, der sich um dich legt. Und du spürst, wie dich dieses Blau auflädt. Und bei deinem geistigen Auge genießt du das Himmelblau und das goldene Gelb. Und beide Frequenzen aktivieren dein Immunsystem noch mehr. Und du genießt jetzt noch mal das Gelb, das Blau und dann richtest du deinen Blick ein bisschen nach unten und siehst wunderbares, sattes, grünes Gras. Vielleicht ein hellgrün des Frühlings, des frischen Grases, vielleicht ist es ein dunkleres Grün. Aber lass einfach mal diese Grüntöne des Grases, der Wiese auf dich wirken. Lass das mal einwirken auf dich selber. Und du spürst jetzt, wie auch diese grüne Energie, diese grüne Frequenz in dich einfließt, in deinen Körper einfließt. Und grün ist so Brust-Herz-Bereich. Und da sitzt noch mal so das Selbstheilungszentrum. Und diese grüne Energie fließt in dich ein, erfüllt deinen Brustraum. Und du spürst, wie du dich aufrichtest innerlich, wie du wächst, wie diese Energie in dich eindringt, einfließt. Und du hast nun also das Himmelblau, das Gelb und das Grün. Schutz, Solarplexus, Herz. Und du spürst jetzt, wie dein Immunsystem, das bedrückt war von den äußeren Einflüssen, von der Herbstmelancholie vielleicht sogar, von dem Winterblues, was auch immer, dass sich dein Immunsystem da jetzt freischüttelt, deine emotionale Seite, Reierwirt, alten Ballast abfließen lässt. Und du spürst, wie dein Körper in dir eine neue Spannkraft hat. Alles, was Schnupfen verursacht, alles, was Erkältung verursacht, fließt von dir ab. Alles, was dich krank sein lässt, fließt von dir ab. Sämtliche Viren, Bakterien, Allergene, auf die du reagierst, fließen jetzt von dir ab, raus aus deinem System. Eine tiefe, tiefe Reinigung findet statt. Und du hast nochmal, das Gold der Sonne. Das Blau des Himmels, das Grün der Wiese. Grün, Blau, Gelb. Und jeglicher Stress verlässt jetzt dein Immunsystem, denn es wird erhabener, es wird stärker, es ist stabiler. Es fühlt sich so an, dass du wirklich so Vitamine, Kraft auftankst. Also alles, was dein Immunsystem stärkt, alles, was man so hört aus der Werbung, Immunsystem stärken, und das macht dich stärker. All das fließt jetzt in dich ein. Du spürst, dass du klarer wirst, freier wirst, lebendiger wirst. Und in dieser Klarheit, dieser Inspiration, dieser Lebendigkeit, verbindest du dich mit deinem Höchsten, deinem Höheren Selbst und spürst, dass es gut ist, dass du frei bist und dass du heil bist. Und du spürst jetzt auch, dass deine Wachmannschaft, dein Immunsystem absolut auf Zack ist. Jede Zelle, jedes Molekül deines Körpers reagiert sofort auf Bedrohung, reagiert sofort, wenn irgendetwas sich dir nähert, was dir schaden könnte. Und du spürst, dass dein Körper alle Müdigkeit, Erschöpfung hinter sich lässt. Und klar, kraftvoll und zufrieden. Und klar, kraftvoll und zufrieden. ein positives Selbstwertgefühl entwickelt. Atme jetzt mal ein und wieder aus. Also tief ein und wieder aus. Und dann erlaube dir genau in deinem Tempo langsam dich so zu bewegen. Visualisier noch mal so das Gelb, das Grün, das Blau. und spüre, dass dein Immunsystem absolut auf Zack ist. Bedanke dich bei deinem höheren Selbst, bei der geistigen Welt. und dann erlaube dir in deinem Tempo ins Hier und Jetzt, in diese Zeit, in diesen Raum zurückzukommen, dich durchzustrecken. Nochmal durchzuatmen. Wenn du möchtest, atme noch mal so diese Farben, dieses Grün, Gold und Blau noch mal tief ein. Bewege deinen Körper und dann öffne deine Augen und komm ins Hier und Jetzt, in diese Zeit, in diesen Raum zurück. Wie ist es dir denn gegangen? Was hat sich denn getan? Ich freue mich auf deine Kommentare. Schreib es mir gerne unten rein. und ich hoffe natürlich, dass du gesund bist, gesund bleibst oder ganz schnell gesund wirst. Lass mir gerne einen Daumen hoch da, abonnier den Kanal, teil das Video und ich hoffe, wir sehen uns demnächst wieder. Aus dem wunderschönen Lenz, dein Oliver Ehring. Tschüss. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020